Einen schönen Sonntagabend, meine Damen und Herren. Gestern kam kein Video, weil Sperling und ich ja gestreamt haben. Er saß direkt hier, also links schräg hinter mir. Und wir haben, ich glaube ab 18 Uhr oder so, 19 Uhr, ich weiß nicht wann wir angefangen haben, bis um 3 Uhr morgens oder sowas, halt ein Special-Stream gemacht, haben beide gleichzeitig gestreamt und haben zusammen gezockt. Es war echt cool, ihr wart auch mit dabei, beziehungsweise einige von euch zumindest. Und ich denke, wir haben einen sehr schönen Abend gehabt. Wir haben ordentlich reingehustelt. Nachts ist dann Sperling gegangen, da haben wir dann kurz Pause gemacht und dann haben wir nochmal so eineinhalb Stunden weiter gedödelt. Ich habe die VR-Brille ausgepackt, mal wieder aus dem Schrank. Die steht da ja schon ewig rum und verstaubt. Und habe sie im Stream mal getestet. Das ging eigentlich auch ganz gut, also eigentlich sehr gut. Man hat alles gesehen, was ich gesehen habe und man hat auch alles gehört. Nur hat man mich dann wiederum nicht so gut gehört, weil das Mikrofon ja hier ist. Und wenn ich hier irgendwie rumwandere, hinter den Greenscreen, der war dann weg und ich konnte auch noch ins Zimmer weiter hinein, dann hört man mich natürlich nicht mehr. Ich werde also gucken, dass ich das HTC-Mikrofon, da ist nämlich eins dran, dass ich das nutze. Also einbinde in OBS. Ich habe es mal eingebunden und habe es auch mal genutzt, aber irgendwie, das war halt am alten Computer. Und da hatte ich auch noch kein Windows 10, sondern halt Windows 7, glaube ich. Und da war das irgendwie einfacher. Bei Windows 10 ist alles irgendwie anders. War trotzdem auch eine coole Sache und vor allem für mich eben der erste Livestream-Test mit dieser Brille. Da können wir dann auch mal VR-Chat spielen und wir stehen uns dann gegenüber im VR-Chat, können uns VR-mäßig anfassen und so weiter und haben halt sicherlich auch eine gute Menge Spaß. Auch das Turnier am Freitag war richtig edel. Wir haben reingehustelt. Es ging genauso lang, wie eingeplant war. Ich glaube von 18 Uhr bis 21.45 Uhr oder 21.15 Uhr, so plus minus. Wir waren vier Teams. Also insgesamt 20 Leute, die in dem Turnier mitgemacht haben. Und wir haben reingeworstelt. Das war schon ziemlich nice. Team 2, glaube ich, hat dann am Ende gewonnen und hat dann gewisse Gewinne abgestaubt. Die Gewinne waren folgendes. Und zwar gab es für jeden der fünf Mitglieder des Gewinnerteams eine 10-Euro-Pay-Safe-Card. Also einfach per Code von mir zugeschickt bekommen. Die kamen alle von Saikusa. Also Saikusa hat diese Codes gekauft und mir dann gegeben, damit ich sie an die Gewinner verteilen kann. Und dann gab es noch dazu für jeden einen Skin. Das Team hat gewollt, dass sie sich aussuchen, an wen welcher Skin geht. Da gab es einmal eine AWP Atheris, eine M4A4 Neo-Noir, eine USPS Orion, eine M4A4 Hellfire und eine M4A1S Dezimator. Diese Skins wurden alle von der Community geschenkt. Don Todd hat die USP Orion gegeben, Red Moon die M4A1S Dezimator, Varsgau die AWP Atheris und die Neo-Noir. Reifezeit, dann nochmal Sticker obendrauf, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die bekommen die Gewinner dann auch noch. Und Don Todd hat nochmal 15 Euro investiert, also an mich dann praktisch gespendet, mit denen ich dann wiederum die Hellfire gekauft habe. Wir haben nach diesem Turnier so ein bisschen geschwätzt und haben dann gesagt, wir machen auf jeden Fall weitere Turniere. Möglicherweise auch größere Turniere. Da brauchen wir aber etwas mehr Menschen, die noch im Hintergrund helfen. Da haben sich aber auch schon einige dafür gemeldet. Genaue Zahlen weiß ich noch nicht, also wie viele beim nächsten Turnier mitmachen können und wann das genau sein wird. Das müssen wir noch ausbaldowern. Aber ich denke, da dieses Mal 20 mitgemacht haben, sind es dann vielleicht 30. Das wären dann schon mal zwei Teams mehr, also sechs Teams. Könnten wir anpeilen. Vielleicht auch mehr, je nachdem, wie die Ressourcen eben auch verteilt werden. Ein riesen Dankeschön natürlich an alle, die mit am Start waren, die gespielt haben, die zugeschaut haben und so weiter und so fort. Das hebt das Turnier natürlich auch nochmal in andere Sphären. Und ein riesen Dankeschön an alle User, die die Gewinne gespendet haben. Richtig edel von euch. Die Gewinne werden das nächste Mal im Vorfeld schon dann, je nachdem, wenn jemand was geben möchte, gesammelt. Damit ich dann, bevor das Turnier anfängt, sagen kann, was es eben gibt für die Gewinne. Dann ist das Geschwitze auf die Gewinne nochmal ein anderes. Da weiß man dann, oh ja, geil, ich kann dies und das und hin und her und komm, wir geben richtig Gas und so weiter. Dann steht das Ganze im Vorfeld schon fest und ich kann da eben auch eine gescheite Promo für machen. Weil für das Turnier jetzt habe ich ja keine Promo gemacht. Das wusste ja niemand, was ein Turnier ist, außer die Leute von Twitch. Und selbst da wussten es nicht alle. Ach so, natürlich noch, um die Namen zu nennen, der Gewinner, um eine kleine Siegerehrung hier zu machen. Dann gewonnen haben fünf folgende Herren. Kredl, Azkaban, Chimmy, Sneaks und Cry. Habt das schön gemacht. Die haben reingeschwitzt, ohne Ende, Holla, die Waldfee. Soviel zu dem Turnier und der Livestream-Geschichte von gestern. Dieser Special-Stream mit Wollen hat natürlich auch sehr Spaß gemacht und das wollen wir auch gerne wiederholen. Gerade wenn es jetzt nicht so ein Riesending ist wie ein 24-stündiger Stream mit Bambini, sondern so wie gestern, ich glaube, acht oder neun Stunden, also beziehungsweise zehn, zehneinhalb, elf mit dem, was ich halt noch hintendran gedödelt habe. Wir können uns auch sehr gut vorstellen, mal so ein Chill-Stream zu machen, wo wir hier hocken mit der Switch, der Xbox, der Playstation oder sonst was. Und halt dann sowas streamen und gemütlich auf der Couch schocken, dass es mal so in die Richtung geht. Oder aber eben natürlich auch weiterhin solche Streams wie gestern, wo wir alle zusammen Conterspray gespielt haben. Und ein bisschen Cod, wobei Cod bei mir nicht gut lief, das Black Ops 2, uraltes Ding. Läuft auf einem Toaster und bei mir hat es rumgezuckelt, kein Plan, was da los war. Die CPU stand bei zehn oder elf Prozent Auslastung, aber das Spiel hat geruckelt. Einen dritten Punkt gab es noch am Freitag und zwar, ich glaube, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, haben wir wohl vor, uns generell einen eigenen Counter-Strike-Server zu leisten. Das ist noch ein bisschen in der Mache mit den Anbietern und so weiter und so fort. Sebi hat da wohl jemanden gefunden, einen Anbieter, der uns einen Server mit 16 Slots zur Verfügung stellen kann, mit unbegrenzt RAM für 60 Euro im Jahr. Ich glaube, das ist echt nicht schlecht. Die Idee kam am Freitag nach dem Turnier, weil wir den Server ja nach dem Turnier nach wie vor hatten. Ich weiß nicht, wie lange Sebi den gemietet hat, wahrscheinlich für ein paar Tage, halt für eine Woche. Und dann haben wir gesagt, hey, wir können unser internes Spiel, das wir jetzt noch vorhaben, einfach Fun spielen. Fünf gegen fünf, können wir auch auf dem eigenen Server machen. Und dann kam die Idee, hey, dann könnten wir doch vielleicht auch ein Zehn gegen zehn machen. Oder halt acht gegen acht. Also zehn gegen zehn, da waren irgendwie nicht genug da und das wäre vielleicht auch etwas krass gewesen. Aber wir haben ein acht gegen acht gemacht, beziehungsweise acht gegen sieben. Einer ist beim Gegner-Team nicht connected oder wie auch immer, der war gar nicht erst da. Und das hat richtig viel Bock gemacht. Wir haben alle Nova gespielt und haben reingeballert. Also nur Nova, Granaten und Taser. Und da kam halt die Idee auf, hey, so was könnten wir öfter machen. Das war richtig geil. Auch die Zuschauer meinten, absolut edel. Das ist saulustig, wenn ihr da so rumdümpelt mit Pumps oder halt mit anderen Sachen, die man sich im Vorfeld aussucht. Es ist halt dann ein großes Fun-Spiel. Und sowas könnten wir natürlich öfter machen, wenn wir einen Server hätten. Nach den genauen Details schauen wir, wie gesagt, noch, also wo wir jetzt dann im Endeffekt hingehen und wie viel das kosten wird. Vielleicht kennt jemand von euch auch noch einen guten Anbieter oder hat irgendwelche, irgendein Sponsoring am Start, dass wir das vielleicht sogar geschenkt bekommen oder für eine gewisse Zeit zumindest oder dass ich irgendwie ein Video für die mache und dann zack, gibt es das günstiger. Das haben wir in der Vergangenheit auch öfter mal gemacht bei anderen Servern beziehungsweise bei anderen Projekten. Mal gucken, ob wir da vielleicht was zusammenwurschteln können. Also vielleicht hat jemand von euch voll die krassen Connections. Mein Bruder besitzt eine eigene Serverfarm oder sonst was. Natürlich sollte es aber schon verlässlich sein. Und wenn das nicht geht und aber trotzdem jemand sagt, hey, ich will was dazugeben, dann kann er das auch gerne machen. Aber es sollte natürlich schon ein professioneller Anbieter sein. Wir wollen uns darauf verlassen können, dass der Server geht und nicht, dass der bei jemandem privat irgendwo im Keller rumsteht oder sowas. Und dann halt, wenn der nicht da ist, nicht an ist. Das nicht. Und an der Stelle kann man, denke ich, auch noch Gretl erwähnen, der uns nämlich schon seit über einem Jahr, Gretl, oder? Ein Gary's Mod Server sponsert von seinem eigenen Geld. Und ein Minecraft Server, wobei ich gerade nicht weiß, ob der live ist. Aber trotzdem, Gretl, krasser Server-Sponsor. So, und das war es jetzt auch, würde ich sagen. Also ich habe jetzt für heute nichts weiteres vorbereitet. Ich habe jetzt auch nicht so die Lust, irgendwas zu zocken, weil wir jetzt halt Donnerstagart gezockt haben, am Freitagart gezockt haben und am Samstagart gezockt haben. Und wenn ich es hier fertig habe, werde ich runtergehen in die Garage und ein bisschen dran rumwerkeln an den Mofas. Mein Mofa liegt gerade komplett in allen seinen Einzelteilen auf der Bank unten. Also zumindest der Motor, das Getriebe und alles. Weil ich da noch einiges machen muss. Vielleicht nehme ich euch auch mit. Die Kamera habe ich, glaube ich, frisch aufgeladen. Die liegt drüben noch im Wohnzimmer. Und dann werde ich da einfach ein paar Aufnahmen machen, wie ich halt meinen Ofen repariere. Dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Dann natürlich wieder mit Gameplay und hin und her. Oder vielleicht ein Mofa-Video, man weiß es nicht. Und am Dienstag ab 18 Uhr wieder im Livestream. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf die Bewertung und so weiter und so fort. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.